Liebe Leute, Mr.124 hier. Heute ein kleines Ankündigungsvideo vor es hier in knapp eine Stunde losgeht. Das Video wird dann auch gleich blitzschnell hochgeladen. Heute ist DFB Pokal Wochenende bzw. nur heute und morgen. Ihr seht die Spiele hier in der Grafik. Heute halb final Nummer eins um 20.30 Uhr bei dem SV Werder Bremen gegen RB Leipzig. RB Leipzig ja momentan könnte ja noch Meister werden aktuell, weil Bayern das ja noch nicht gesichert hat. Dann morgen am Mai Feiertag, obwohl es ja eigentlich Samstag ist. Zweites Halbfinale Anpfiff um 20.30 Uhr auch auf ARD. Borussia Dortmund, der noch irgendwie Chancen auf die Champions League greifen möchte gegen den Bayern-Killer Holstein Kiel. Und Holstein Kiel ist ja in der zweiten Liga auch zur Zeit noch, hat auch noch Chancen sich an den HSV vorbeizuschleichen und in der ersten Bundesliga zu kommen, was ich nicht hoffe. Und ich hoffe, ganz ehrlich, dass Borussia Dortmund Kiel rausschmeißt, weil ich würde schon gern Dortmund im Finale sehen und nicht Kiel. Weil dann war ich der Wunderin gegen Kiel zu spielen. Auf alle Fälle nochmal, heute Bremen gegen Leipzig, morgen Dortmund gegen Kiel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie es ausgewählt wird. Und dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann! scare to it it i it Vielen Dank.